Okay, seid ihr bereit? Der letzte Kampf, Prüfung des Torvorstehers. Seid ihr bereit? Ich kann euch nicht hören. Hä? Das ist doch der Krieger, gell? Hm, okay. Moment mal, Moment mal, das ist kein Bosskampf. Hä? Aber das ist ein Boss. Scheiße, scheiße, jetzt seh ich, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Das sind zwei Bosse, einfach mal. ZWEI Bosse. Okay, schieß den Hut des Kriegers ab, puste ich auch vorher nicht, dass es geht. Ich hab's schon in der Vorschau gesehen. Pariere einen explosiven Fall zum Jäger zurück. Okay, das ist der fliegende Idiot wahrscheinlich. Schieße nur auf den echten Maskenmacher während seines Fallenangriffs. Okay. Okay, ich denke ich konnte es damals erkennen. Aber gegen beide. Na toll. Okay, gut, ist schon mal. Alter. Okay, verfehlt. Das hätte ich gern gekontert. Was? Alter ist. So witzlos. So spät? Ich muss den halt auch ruhig stellen. Okay, weg hier. Weil die Pfeile kommen ja. Okay, die haben mich. Zwei Stück. Und vor allem, ich weiß genau, ob die hier keine Zeit eingebaut haben. Weil ich... Ja, komm halt noch näher. Nee! Komm halt noch näher. Okay, das ist geschenkt. Alter, hör doch mal auf da hinten. Okay. Okay, das ist unfair. Der schießt ja nicht mal richtig auf mich. Okay, ich habe beides Ding geschafft. Jetzt nur noch besiegen eigentlich. In Anführungszeichen nur noch. Nein, fast hätte ich beide erwischt. Alter, aber so viel Schaden kriege ich. Ah, ich darf mich theoretisch heilen, aber. Endlich mal eine Mission, wo ich mich heilen darf. Der Jäger hat zwar hier nämlich den Vorteil des Waldes, aber dadurch, dass wir zu zweit spielen, ist es natürlich genauso schlimm. Okay, komm schon. Ich habe den Maskentippen fast. Was machst du denn? Ich habe den Angriff nicht gelaufen, was der macht. Okay, er hat mich. Das wird ein witziger Kampf. Ich darf mich zwar heilen, aber das war es auch schon. Warum darf der schon fünf Schritte vorlaufen? Na doch, der Mut habe ich gerichtet. So, das habe ich auch geschafft. Okay, schade. Könnt ihr euch gegenseitig erwischen? Wäre auch zu schön, war zu sein. Schade. Könnt ihr euch gegenseitig erwischen. Wäre auch zu schön, um Bart zu sein. alter jetzt ist doch mal gut alter ich habe kein schild kein gar nichts um mich aufzuladen schade dieser angriff kann mich halt immer erwischen jetzt bin ich ganz weg in dieser kuppel bin ich eigentlich immer geschützt außer natürlich vor dieser druckwelle okay hut ist ab so toll dieser attacke da brauche ich erst das ding sonst kann ich mich nicht wehren ja gegen beide gleichzeitig vor allem super idee daneben daneben ja fast beide hätte ich damit ich verliere so viel leben und zwar ich darf mich heilen aber ich bis ich da drin bin dauert es auch eine weile ja komm halt näher als ob dir das was bringt so jetzt hör doch mal auf jetzt soll ich mal kurz checken was hier abgeht so du bist weg ja ich habe nicht genug energie okay ich komme nicht zu dem alter zwar ist es gut wenn ich immer wieder pariere natürlich aber komm halt dazu weißt du beide vor allem wieder nein fast fast ich habe vergessen was diese zweite phase war oh okay habe volle heilung zumindest bekommen nein ich habe kein ding ich habe gar nichts mehr ich habe gar nichts mehr toll was bringt mir die heilung verarscht mich netz was bringt mir die fucking heilung guck mal ich hatte volles leben und die haben mir einen zug alles genommen ein bisschen unfair findet ihr nicht okay so hut ab so wo bist du toll ich habe keine schilder neckling mehr okay weg ist er für den moment zumindest okay hör auf hör auf los wo ist er wo ist er wo ist er verdammt verdammt jetzt hört doch mal auf bitte nein ich habe keine energie mehr aber man 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 nein 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 hollow so was kriegst du erstmal zurück das kriegst du zurück Nein, hier will ich gar nicht sein, hier will ich gar nicht sein, hier will ich gar nicht sein. Und wieder weiter, komm. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Mist, nein. Oh, jetzt kann ich Energie. Hier. Yes, er ist besiegt. Ah, was ist das? Also jetzt ist Schluss, das war Verarsche. Ich dachte nur gegen die zwei muss ich kämpfen, weil gegen den anderen habe ich doch schon mal gekämpft. Oder habe ich gegen... Ach, egal. Der dritte kommt auch in den Kampf, sobald man einen besiegt hat. Wusstet ihr das? Das ist doch so eine schöne Überraschung. Ich freue mich so richtig, dass wir so viele Gäste hier haben. So viele Gäste haben wir. Ich bin nicht getroffen, gell? Er ist ausgeglichen. Jetzt aber. Ich bin nicht getroffen. es ist langsam schluss mit lustig ich will erst den krieger ausschalten nein 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 geschafft aber jetzt kommt der andere wo ist er, wo ist er, wo ist er, herr toll gleich der first try kriegt er hier kenn ich den überhaupt doch ich kenn den ah verdammt alter alter weg hier nein weg hier weg hier weg nein lass mich doch eine sekunde in ruhe energie tanken eine sekunde nur eine sekunde das ist doch verarsche hier was kommt das da wieder ja lass mich doch in ruhe jetzt ist ok ist ok alter die lassen mich auch in ruhe jetzt macht er den scheiß wieder und jetzt bin ich weg ich weiß nicht was die sich dabei gedacht haben also die leute die das wirklich auf dem höchsten schwierigkeitsgrad machen sucht euch hilfe bitte vor allem das ist der krieger links gell der dritte der kommt das ist der maskenmacher ist doch gut jetzt deswegen hätte ich schon erahnen können an den missionszielen nein 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 ah jetzt habe ich zu viel energie verbraucht ich habe keine energie mehr solange ich keine mehr habe kann ich nicht mehr richtig kontern oh toll das sind die kleinen andere taktik oh toll ich brauche mehr energie bruder jetzt hör doch mal auf toll ok andere taktik der hutmacher ist zu stark wenn die mich zu zweitfertig machen dann bin ich weg immer egal was ich mir ausdenke oh hör doch mal auf jetzt ok 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 Okay, und zu ihm. Nein. Ich muss, jetzt kommt noch was. Oh. Du bist ja schon da. Okay. Meine Taktik war jetzt, die zwei gleichzeitig so circa auszuschalten, dass ich dann mit dem Gutmacher es einfacher habe. Das Problem ist, sobald ich mich auf den Bogenschützen stürze, hatte er leichtes Spiel mit mir. Okay, schnell weg. Oh, toll. Der ist auch noch ausgeglichen. Hallo, hör auf mit Nahkampf, du bist ein Fernkämpfer. Oh, das ist der Kampf. Schade, nicht ganz nah dran. Alter. Toll, ich mach's denen einfacher gerade. Naja, ich mach's denen zu einfach. Wie schalte ich die nur gleichzeitig aus? Schade. Toll. Jetzt bin ich nicht mehr böse, jetzt bin ich schlecht. Ich hab eh keinen Schutzschild gerade. Ach so, das ist die Attacke. Ich dachte, diese, diese andere Attacke ist das. Ist doch gut jetzt. Erfolgt mich das so. Zieh ich zurück, so. Ich darf mich auch nicht so einkreisen, weil sonst kann ich nicht mehr vorhersehen, wo sie kämpfen. Jetzt kommt er wieder mit Nahkampf. So, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Toll. Ah, währenddessen kann ich nix machen. Das meine ich, sobald ich den in Ruhe lasse, er setzt alles gegen mich an, was er hat. Und ich kann mich nicht auf den Fliegenden konzentrieren. Oh, jetzt ist doch gut. Toll. Jetzt kann ich das nicht mal kontern. Oh, ist doch gut jetzt wieder. Oh, und die Heilung bringt hier ein Scheißdreck. Weil sobald ich mich heile, sobald ich nicht mehr zusehen gucke, machen die mich fertig. Egal, was ich mache. Die haben sich was ausgedacht, sag ich euch. Wenn ich nur einen besiege, bringt das nix. Schade. Schade. Jetzt muss ich aufpassen. Äh, das ist die Attacke. So, jetzt ziehst du dich zurück, genau. Was machst du das hier? Ist mir egal. Jetzt kriege ich dich damit. Oh. Hör auf mit der Attacke. Jetzt kommt er auf Nahkampf wieder. Doch nicht, okay. Geh bitte weg. Seht, wie viel Leben ich dem abziehen kann, aber dem da kann ich gar nix abziehen. Okay, das macht mir eh nix aus. Jetzt kommt der auch noch mal mit seinem Blöden. So, wo seid ihr überhaupt da? So, mindestens ein Treffer mal. Danke. Hat mir gut getan. Wo ist er hin? Toll. Toll. Ja, ich liebe dich auch. Die sind so schnell vor allem. Das ist das Hauptproblem. Die waren ja einzeln schon sehr schwer. Die lassen einem nicht so zugekommen. So, Hut weg. Hat der vielleicht auch eine Schwäche? Der hat Hut. Ja, ich kann nicht bald gleichzeitlich damit abgehen. Okay, schnell ausgewieschen. Ja. Was könnte ich noch für eine Attacke einsetzen? Vor allem, wenn sie getrennt sind. Dann ist es schwieriger eigentlich. Ich muss sie in einer Richtung haben. Guck, das tut gut zum Beispiel, wenn ich ihn so erwische. Jetzt kann ich aber den nicht bekämpfen. Währenddessen. Mal diese Attacke. Hallo, ist doch gut jetzt wieder. Ja. Diese MG-Attacke von dem Scharfschützen herftig am meisten. Oh, Nahkampf ist das. So, du hast kassiert wieder. Da muss ich ausweichen. Mist. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Nein, verfehlen, verfehlen. Oh, Gott sei Dank. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Ich wollte mich die ganze Zeit heilen schon. Das meine ich. Entweder ich brauche ewig bis zu Blumen oder die kriegen mich währenddessen. Ich habe im Moment keine Idee. Die zwei zu kriegen ist schon richtig, aber... Schaff das mal. So, wo bist du? Da bist du. Ich kann auch die Angriffe von ihm abbrechen und so weiter. Das ist alles Schöne. Aber auch nur, wenn ich Ruhe habe. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Okay, da. Toll, unfair. Unfair, unfair. Ich mag die MG-Attacke-Netz. Okay, ihn habe ich wieder. Er ist zu weit weg, dass ich schon irgendwas machen kann. Außer das hier. Toll. Wie ich diese MG-Attacke hasse. Okay. Oh, gekontert, sehr gut. Aber jetzt kommt er wieder mit irgendwas. Deswegen kann ich es nicht richtig ausnutzen. Oh, diese Attacke von ihm, okay. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon. Die sind sauer, die sind sauer. Ich habe sie aber so gut wie. Oh. Nein, nein. Ich hatte sie so weit. So weit hatte ich sie noch nie. Oh, mein Hintert. Ruhe im Karton. Ihr seid nicht mehr unbesiegbar, das weiß ich jetzt. Kommst du mir bitte nicht so nah? Da wäre ich sehr froh, danke. So, du kassierst das da, du kassierst das da. Den Bogenschütz mache ich gleich fertig. Wohin will er? Okay, er macht wieder den da. Okay. Zieh dich bitte zurück, danke. So. Jetzt muss ich aber auch langsam den bearbeiten. Wenn ich jede Attacke kontern könnte, dann wäre das ja kein Thema. Mist. Ja, toll. Wenn die ein blödes Timing haben, kann ich sowieso nichts machen. Okay. Was ist das denn? Achso. Doppelt auch noch. Arbeiten die jetzt wirklich im Team, oder was? Okay, ein bisschen Heilung. Noch mal ein bisschen. Jetzt muss ich dem ausweichen, dem ausweichen. Doppelt kann ich nicht parieren. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob der Bogenschütze auch viel mehr Energie hat. Den krieg ich nicht so leicht. Oh, das ist was anderes. Das ist das hier wieder. Okay. Oh, Gott sei Dank. Nein, Mist. Ah, verdammt. Okay. 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 Na toll. Ja, das dachte ich mir. Jetzt kriegt er mich damit. Okay, der Bogenschütze ist auch stark geschwächt. Okay, okay, okay. Jetzt verteilt euch nicht so gut. Was macht der? Der Bogenschütze macht mich weh im Kopf. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wenn er die MG-Attack gemacht hat, hat er mich schnell. Der macht irgendwie gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder der, der ich irgendwas gemacht habe. Okay, er ist fast weg. Jetzt eine Bogenschütze, komm schon. Der Bogenschütze spinnt. Der kämpft nicht mal richtig. Nein, verdammt. Nein, bitte nicht. Okay, schon wieder der Mist. Ich habe keine Heilung mehr. Nein. So knapp. So knapp. So knapp. So knapp. Ah! Vor allem dauert das ja, bis ich es so weit geschafft habe, überhaupt. Na, Mann, komm schon. Jetzt habe ich beides gekontelt. Okay. Nein. Nein, ist außerhalb der Kuppel. Na, es bringt nichts. Sobald ich auf den schaue, macht der andere mich platt. Hey, hey. Hier konnte er, sehr schön. Okay, der hat wieder viel durch seine Energie verloren. Warum zuckt er nicht zurück, Mann? Okay, mach halt. Na, beides gleichzeitig wieder. Ist schon wieder die Attacke. Okay, abbrechen. Oh, oh. Okay. Ich muss den Deppen erwischen. Komm schon, Bogenschütze. Zum Teil kann ich sie auch gleichzeitig treffen. Oh, ich habe so eine Lebensanzeige nicht gesehen. Ich dachte, er ist schon weg. Das ist so aus, als ob er auf seinen Freund schießt. Jetzt macht der das da. Sehr schön. Okay, okay, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, beide sind gut ausgeglichen. Nein, nein, nein. Komm schon. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall das zulassen. So, er macht das da. Okay. Und er macht das auch. Sehr schön. Freue ich mich. Nein, nein. Nein, konnte man Schutzschutz nicht früh genug machen. Beide habe ich was. Beide habe ich was. Komm schon. Nein. Das habe ich mich nicht geschafft zu kontern. Weg damit, weg damit. So. Komm mit der anderen. Sag ich, ich konnte, kann. Nicht diese. Ja, toll. Aber nicht während er angreift. Nein, 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 nein Ich habe keine Heilblume mehr, gell? Das kostet mich immer gegen die beide alles. Ich habe gesehen, dass da andere auch was machen will. Deswegen bin ich zurückgeschreckt. Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich wollte ausbrechen. Okay, ich spiele einfach so lange weiter, wie es geht. Und hole euch dann beim finalen Versuch wieder. Damit ihr seht, wie es aussehen soll. Oder zumindest beim Hutmacher wieder. Mit dem haben wir noch bisher gar nicht gekämpft. Ich habe keine Heilblume mehr, wie es geht. Das ist Paul. Bei mir ist einшändiges an. Was див ist euch, wie ist das kleines Möge und es geht. millennium ja ist, was rid Wide .